moin leute ja ich wollte euch heute jetzt nur so ein kleines infovideo sagen es kommt heute also es gibt erstmal ne schlechte und erstmal ne gute nachricht also heute kommt leider kein video weil also ich hab schon genug zeit aber ja genug zeit war aber ich hab keinen bock gerade außerdem die gute nachricht ist dass ich morgen dings kriegst du ein video mach und ich wollte noch sagen vielleicht bestelle ich heute ein aufnahmen ich habe mich auf dem pc wieder anmelden konnten auf xxdario live und ja wenn ich das geht und alles funktioniert wie ich es halt würde dann kommen auf diesen kanal mehr videos wenn es auf dem pc wieder nicht klappt mit dem anmelden versuche ich mal auf der ps4 wenn das geht kommt könnte das auch gehen aber ich würde eher am pc weil das muss ich jeden wochenende warten halt dann kommt ihr jedes wochenende video aber ich würde das wochenende nur ausnutzen und da ein bisschen videos zu machen wie gesagt mit aufgenommen aber ja das war's jetzt mit dem kleinen tipp der info video wir sehen uns morgen ja ich wünsche euch noch einen schönen abend ja